hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft bad boss mit mir dem torben und ich bin heute nicht alleine sondern der tobi ist mit dabei hallo tobi hallo torben hallo tobi wie geht sie denn dann geht es gerade scheiß weil ich übel zum muskelkater ja ja ich kenne die man sich erkältet tatsächlich kenne ich dir auch nicht die neue sporten bronze hier bei mir war gerade hier ist also ich habe ein heißen hoffentlich haben wir eine gute teampartnerin die uns in die mitte baut vielleicht ist es ja auch nur ein junge der seine weibliche seite raushängen ist kann natürlich auch sein wo rennt der junge der seine weibliche sehr gut er geht zum villager und will sich wahrscheinlich blöcke kaufen hätte ich auch nicht tatsächlich hätte ich da auch nichts gegen wenn das bett einbauen würde weil ich glaube das kann man auf dieser map sehr schnell rassen wenn man sich um einen schweb geholt und auch ein bisschen rüstung da ist ja schon mal eine gute idee der gelbe darf nicht entkommen ich habe zwar das ganze gold von gelb zerstört aber ich wollte eigentlich zu den direkt russian leider hat das nicht funktioniert ja aber dann bin ich selbst runter gefallen das war ärgerlich und gemein ich brauche das bett mal ganz gut nach so du kümmerst ja hauptsache da kommt keiner durchgerutscht der so ein bisschen dummisch im kopf weischt ok ein roter ist in der mitte ach komm give it a try nach der rote wird getötet vom gelben ach komm give it a try ach so was sind wir dann sind gar nicht gelb wir sind tatsächlich blau aber wir haben jetzt eine connection hat jetzt ein bogen da hast du alle freiheiten der welt ich gehe zu grün da ich wurde getötet ich versuche jetzt mal hier grün so ein bisschen zu fordern aber leider ist doch ein voll equipt da der aber gar nicht schreckt irgendwie man das sind dann die leute mit dem anderen die brain jahren ist mir egal hier so einverwidert so number one das grüne team war ein bisschen brain of k tatsächlich die haben mich einfach durchgelassen ich musste niemanden boxen so tour gedure längst die roten schön ab dann im freundlichen gold klauen oh ja nice alter das war richtig gutes team aber das war richtig gutes team aber das war richtig gutes team gestorben oh fuck er hat mich auch ich wollte gerade mich wieder zu ihnen hochbauen ungepaddelt ey was ich da für scheiße haben das war grammatik skills over 9000 nice zwei gelbe in der mitte alter ich renne direkt hin da renne noch ein roter hin what the fuck ja unten roter jetzt auch noch und ich renne da jetzt auch noch hin die werden aber alle von dem einen typen da geschlachtet außer ich ich werde sie vernichten ach ich renne lieber zu dem rot der einer kommt zu uns christian nice wo ist du ich bin gesucht zu team rot ok hat unser bett eingebaut er ist doch wohl ich mag ihn wieder irgendwie hat mich team rot glaube ich gesehen du stehst aber so ganz unhauffällig drüben die sollen die dicht und wird diese schule treppe gebaut dort ist etwas ich habe sie ausgetrickst allein der wird eingebaut egal ich kann wenigstens eisen von dem mitgehen lassen also ich gehe jetzt drauf aber immer nach dieser nicht tschüss welche schule treppe meinst du die die du gebaut hast welche habe ich denn gebaut in die mitte oder was ich habe fünf bald meinst du den way in die mitte führen mann tom nein du bist so schwul warum weil du mich nicht beschützt hast ich komme doch jetzt gerade erst ja jetzt boah jetzt bin ich schon lange tot ja und da kommt ein roter den könntest du mal runter geben ne ich will eigentlich eher zu dir im bett aber fuck die haben wir noch einen roten ich habe ihn einfach nicht bekommen das kann doch nicht wahr sein boah mann tobeleid hör mit minecraft auf ok mach ich wenn ihr das wollt schreibt das in die kommentare leute schreibt entweder torben mach vitamine kraft oder torben mach nicht vitamine kraft oh gott alter jetzt trägen gerade meine augen wollte diese treppe ist so schlecht und nach das ist so für diese ist sie schlecht dies voll gut deswegen werden ist noch keiner zu uns gekommen könnten roten ich brauche schnell blöcke schnell ganz schnell kürtel 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 sie sind Prozent gelben ich komme ich brauche und so ein roter oder ein roter oder ein roter oder ein amorten kann nicht zu brennen kann einfach im kreis der kommt von der seite ruht mal ist hier da ich hab nichts ja aber jetzt ich denke den bogen ab und durch gut ich bin durch easy 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 boah alter mich hat er direkt mit dem bogen getroffen pass auf ja pass einfach auf dass sie gerade mal nicht auf mich schießen wollte ich gerade sagen ich stelle mich in den weg weißt du was ich mache was sowieso immer ganz praktisch ist ich werde da guck mal der gelbe guck mal wie er fliegt hab ihn direkt getroffen ich werde uns hier eine wand an den villager bauen damit uns keiner beim villager treffen kann das ist gut ne ich werde gerade schon abgeschossen dich nochmal so kurz anmelden ja so jetzt haben wir eine wand am villager ja er vervollständigt sie ja Leute müsst ihr das aber wenn dann so machen mit glas am besten ich hole glas weil dann können wir sehen ob einer kommt wenn du verstehst was ich meine ja er versteht das prinzip nicht ich wollte einfach nur eine wand am dings haben und er macht jetzt eine festung so wir brauchen dann aber auch so eine treppe ne ja besser als ich hier so von hier aus schießen kann ich mache eine schöne glas wand an den villager ich habe den gelben beinern getötet dann sieht man hier nämlich immer ob irgendein stüssel abgeht und am stüssel ist shit ein glas block ja 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 soll ich mal wieder rushen ja du konntest die noch mit weil die sind fast down ok warte 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 ich hole mir einmal noch eine fuhre glas hier nehme ich genau drei dann können wir hier nämlich der gelber rennt zurück kann ich ihn treffen hab ihn und noch einer und noch einer weiter weiter oh ii ist alter hex hacker 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 ok ich renne zu gelden ne ja rot 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 in der Mitte ja ja ich hab keine rüstung aber wir haben einen weg nach wir haben einen weg über die drüber über die Mitte ja ich bin safe hat er dich ne alles gut die gelber hat noch einen Bogen warte ich schieß ja ja der hat keine rüstung hab ihn getroffen leute ist er und da sind aus der base aus das ist schon wieder der die haben Leute wieder getroffen wir hatten dick gold und ich hab den roten in der Mitte nice we are going to party over here ach der hat den Bogen leute ich wusste gar nicht ja der jesse der hat ihn direkt wieder als du ihn runter geschossen hast ich hab ihn zweimal getroffen er ist so gut wie down nein 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 bitte oh du schossierig er setzte das nur durch glas puh der glas ist ein supermaterial der wurde geschlagen nein der typ hat falsch anbekommen beziehungsweise die die ist down gegangen ne ne ja doch mir hat keine Glück achso ja die ist down gegangen eben ja so ich dachte vom Fallschaden meinst du aber das wäre eine absolute Frechheit so also gelb bist du gut ist gerade einer in der Mitte rush war in der Mitte weil dann kann ich mich da langsam positionieren pass auf einer von rot schieß auf unserem Weg und da hinten baut sich ein roter unten lang nach grün pass auf dass keiner von unten kommt ne den rutsch habe ich mal wieder ein bisschen getroffen ja in der Mitte ist keiner tatsächlich aber ich habe 4 Gold weiß gerade nichts damit anzufangen weil ich keine Blöcke habe um zurück zu kommen jetzt habe ich 8 Gold oh hier sind Blöcke ich baue mir Blöcke ab bleib ruhig da ich schaff das hol dir Gold komm schon ich baue mir die Blöcke hier ab warn mich wenn jemand kommt ne solange bleibe ich ja im Moment noch nicht also ich kann nur grün nicht sehe ach grün ist da ja grün habe ich gewinnt wir können zu grün rennen und hier einen Bogen holen roter kommt roter kommt oh oh ich werde ihn nicht treffen doch hab ihn oh nice ich will noch eine Fuhre mindestens abwarten dann habe ich nämlich schon 12 oh ja oh ja oh ja Torben hat wieder eine Fuhre 12 ich warte nochmal ne ich begebe mich hier in Position damit ich mich falls einer kommt direkt hoch bauen kann natürlich aber jetzt nice den hast du gut getroffen ich brauche den besten Bogen dringend Torben ja kann ich dir nach einer Fuhre mitbringen wie viel Gold hast du noch warte nichts ok dann brauche ich noch eine Fuhre Tobi Geld baut sich langsam ok ich habe die Fuhre ich kann die leider nicht ich habe die Fuhre ich habe die Fuhre ja dann komm komm schnell ich habe mir nur die ganze Fuhre geholt ich hoffe jetzt schießen die mich nicht ab ey uaaaaaah und jetzt ist noch was spannend Tobi Tobi der kommt ok ok hier da komm mal da jetzt habe ich Tobi ok hol mir den bitte schnell achso ok ähm ich treffe die echt mega gut gerade das ist richtig krass hier over here hinter behind you on the stairs nimm du den ist schon ein bisschen angefragt thank you very much boi junge alter wie ich den gerade gebe ohne scheiß jetzt ja und jetzt tötest du die mit 3 Schüssen das Glas ist praktisch echt man kann nicht abgeschossen werden aber sie die wollen in die Mitte Torben ja ich ne ne ich komme auch ich komme bleib du hier bitte ne ich bin schon die sind ja noch mit auf 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 ja ich habe halt kein Schwert im Moment nur ein Bogen ich weiß leider nicht wo der hin ist pass auf bitte du bist unsere wichtigste Figur ähm der steht noch bei sich auf dem Weg der hat keinen Weg doch doch ich sehe es doch doch ich hab's von hier aus gesehen die wir Goldsafe komm schnell wir müssen den holen ja ne der hat nichts der hat nichts der da das Wort kein Gold alles chillig hey hab ihn okay na so ich komme ich komme ich komme achso oh Anna ähm Boxing ich bin jetzt sofort da der gelb der gelb ja ich muss äh einer von gelb einer von gelb einer von gelb ach der hat nichts aber ich bin sofort da hab ihn okay ich bin da du nimmst rot oder gelb ist mir egal ich nimm du gelb nimm du gelb zack das kann ich auch rot noch einen Bogen oh ich teile aus auch drei Schüsse hat der kassiert hopp aber so wie in guten alten Zeiten ey oh das wird richtig gut mal wieder gut um so nix zu spülen mhm jetzt werde ich den Block hier mit Fallen zuspammen ich weiß nicht ob du diese Runde gesehen hast wo ich alleine die drei für dich naja klar wieder da einfach ein Knockback von diesem richtig bitter ey absolut bitter ach guck mal da unten hallöchen nein nein leuchte ich hab ihn ja einfach in deinem Fall ich weiß der war eigentlich für den hinteren gedacht aber ok so jetzt werde ich den Block da wieder zu stellen ich glaube ich stelle mich mal auf das Haus drauf einfach zur Sicherheit ja das ist eine gute Idee außer der gelbe da hinten der sweet boy ach so warte dann hole ich mir den gelben du mal bei der rot ja der ist ganz hinten ja ja dann kriege ich den jetzt bleib bei rot alright scheiße die haben Dach gebaut sonst hätte ich die jetzt oder warte ich hab rot wieder oder? ne ich bin bei rot ja ich hab rot die bauen sich neunmal unten oder du hast rot ok ja 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 ich hab rot dum 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 ein gelber kommt wieder glaube ich gerusht was machen die denn da unten ja ne er steht noch sie bauen sich da unten irgendwie so ne richtige Festung auf mit so ganz vielen Verbindungen zu anderen Wegen und so und machen das voll safe ok jetzt haben die einen Fehler gemacht ich würde gerne mit den grünen einmal gehen die haben ihre kommen aber da gibts dann nichts außer Eisen nice Tom uuuuuh das war kurz knapp äh unser blauer ach so da war einer von gelb glaube ich ja ja ich hab alles alles klar alles Snack einmal das Gold hier unten so wieviel hab ich 13 oh der rote baut sich zu uns aber gar kein Problem den kriege ich ja wenn er sich auch mal weiter bauen würde ich hab das mit einberechnet jetzt hab ich den so das gibt's hier nicht mehr als einen hast du aber nicht der mit dem Bogen glaube ich ne ne mit dem Bogen ok unser blauer ist auch in der Mitte und der Levert gerade glaube ich ein bisschen Gold tsch 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 ich brauche mir auch mal so ne kleine ähh mach ich nicht höchstens nur sowas damit ich falls ich mein kleiner gelber von hinten durchmogeln sollte damit der mich nicht runter boxen kann ne die sind neiner aber ist gut so alter wie ich ihn nicht treffe jaja du kommst hier nicht hin roter du kommst hier nicht hin ich sterbe auch echt unglücklich 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 oder unglücklich ach man können die jetzt mal aufhören sich da unten weiter zu bauen die wissen doch dass ich die becampe so da ist er weg bleib hier jetzt nicht eiskalt vor meiner Nase nach oben baut ungepaddelt ey ich glaube ein gelber ist durch theoretisch könnte man die roten ganz einfach racken weil die haben da so ne richtige Wand gebaut und man kann sich einfach direkt vor die Wand sneaken und dann auf einmal darüber rushen aber ich hole mir jetzt erstmal den besten Bogen wenn das für dich in Ordnung ist ja klar weil ich glaube rot kommt nicht kannst du mir ein alten Shirt und so mitbringen ähm ja ich kann dir Sachen zuwerfen kann ich und Rettungsplattform bräuchte ich eine ok ha ach unser blauer baut sich zu den du kennst du kennst das ja ein gelber macht hochbau hoch und tiefbau ok ok ich renne einmal schnell nach hause achte auch ein bisschen auf rot behalte ihn im Blickwinkel ok oh ein gelber ist fast down der mit dem Bogen den besten Bogen habe ich und jetzt hole ich zwei Eisenschwerdrafts Rettungsplattformen sind gerade nicht mehr drin aber bringe ich dir beim nächsten Mal mit den Bogen lasse ich hier in der Kiste huiii zack ok bei jedem Namen ich komme ich komme ich komme der XI Windows PvP also die Namen werden auch immer kreativer muss man sagen ich hoffe es auf der gelbe will beef hier denn da runter ja hab ihn nice der mit dem Bogen ja lol ja das wars äh warte ja ja du hast das irgendwo achte ich hab's so die sollten eigentlich eigentlich sollten wir jetzt ich würde gerne zu gelb gehen ja äh schreib frag mal ob er rot decken kann ja moment jetzt kommt da gerade ein gelber Tobi da kommt ein gelber mit Rückschussding ok 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 hab ihn ok warte ich hole mir eben ähm kannst du ja warte rot decken schreib mit dem Namen schreib mit dem Namen ähm von hier wie heißt sie Milo mit M ja und ähm ja oh man es geht nicht wie wird denn geschrieben hast auch doch direkt die deckte aber rot ok nice also warte wollte mir irgendeinen wenn sie schwindigkeitstrank holen you again und ein heiltrank und ein stärketrank oh 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 stimmst sonst kriegen wir ein GEMA Anspruch weil ich so gut singen kann oh ja jetzt baut der gelbe da sogar noch Leitern an seiner Burg dran das finde ich absolut un-akzeptabel inakzeptabel ach den kriege ich da irgendwie nicht scheiß deutsche Sprachen ne ja absolut boah, der baut hier auf der Rückseite, das ist ein richtiger Dreckssack schreib noch mal mit Namen, oder hast du? ne tatsächlich nicht, aber irgendwie Mielu gelber ist in der Mitte der Trott oh alles gut ja ich hab grad nur auf den oben gedacht, tut mir leid der sagt mir einfach warte ich geh ja ok, ich glaub sie deckt rot ist sie hier? wo ist sie? ne ne, die ist bei uns in der Base, deswegen ne, sie deckt oh mein Gott, liegt da viel Gold, ey, das sag ich mal ein, bevor sich hier irgendeiner in die Mitte verstehlt nicht verstehlt ach so, nur auf dem einen Spawner lag zu viel soll ich kommen? ich bin durch, ich kanns rot decken, kanns rot decken aber ich bin nicht gut, nice ok ok, und die guten alten Zeiten, ne wo das danach so richtig is ging und die roten wissen glaub ich schon, dass sie jetzt dran sind ja, die roten wissen schon, dass sie dran sind hä 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 ich rück schon mal ein bisschen vor Alter, ich hätte mich bei einem anderen eigenen Pfeilen getötet das wär jetzt echt Blätter gewesen, oder? die die KS machen soll das noch zu sehen seinfach gar nichts mehr was abgeht wir haben alle ich hab echt Angst dass ich mich hier treffe was machst du ja ich bin in den gelben der sich da hoch baut ist ein versorgen kleiner überraschung die folge war sogar relativ spannend bis wir dann ist ich da meine skills ausgepackt und jetzt war die richtig einfach bisher der hat im letzten moment einfach das dach zugemacht wenn du willst bringen dass die projekte einer weg ja du kannst ja machen ja ja ich brauche mich noch hoch auch noch was er kennt noch mehr an und wurde von noch einen sicheren Gang zu gehen ich glaube jetzt gar nicht gecheckt dass die Welt tot ist. Alter wie viele älter danke gibt's ja gar nicht so dann brauche ich mich einfach mal oben lang zu der Welt oh die haben sich eine gute Teamkiste da gemacht mit Rüstung und so ein Weg von mir ja ja entspannen die mal so ein bisschen ne man kann auch die mal locker bringen so da ist hier mit Rüstung wieder da und das ist der Weg zu wie oh mein Gott hier hat sich anders und rot versteckt ja so gut wie ja fuck lol das war so inkompetent Torben schreib schnell geh Mitte schreib schnell geh Mitte geh Mitte komm Tobi da ist schon ein roter ich bin tot das kann nicht wahr sein oh fuck alter Junge wie inkompetent hol die Spitzhacke ja alles gut alles gut alles unter Kontrolle ne nichts unter Kontrolle doch ich hab Eisenschwert wieder ja trotzdem nichts unter Kontrolle ja trotzdem nichts unter Kontrolle weil die roten haben die Mitte und da liegt sauviel Gold wettig hä Moment mal hat er richtig ja mann ist echt inkompetent er hat sich zu gelb gebaut boah ne ich war auch inkompetent ich war zu unvorsichtig geil chill ich hab dann auf einmal Blut geleckt hey ich dachte die werden in der Mitte äh äh der ist bei grün pass auf shit dann hole ich mit denen jetzt muss ich husten pass auf ich glaub der hat Bogen und so shit ich hab kein Schwert ey aber für Team Rot um das Bett von Team Rot abzubauen braucht man ein Schwert weil die haben das mit Spinnenweben zu bauen ja ok ich komme ja ich hab die beide wieder geragged hier ich lehre jetzt deren Teamkiste nice ok komm ich auch mal hoch hoch wenn man da ist da ist ich hab alles ich hab die ganzen Rüstungen die ganzen Schwerter die haben nichts mehr doch hier steht noch ein voller Equipter alter ja einer ist noch da tatsächlich aber die haben halt keinen Ersatz mehr wenn du den kriegst dann haben die nichts mehr ich hab mir direkt alles was ja komm schnell komm schnell er rennt er rennt ich hab mir deren Eisen gekauft äh gegönnt ich hab mir deren Eisensachen gegönnt die haben noch was in die Teamkiste getan fuck können die nicht aufhalten nice tobi pw ist tot hä äh ich hol mir jetzt das Bädchen ne mach ich schon ok dann lehre ich nochmal die Teamkiste zack gut Teamkiste ist wieder geleert Moment lass mich eben was bei dir von meinem Eisen hier kaufen m damit ich auch ein bisschen mitschnitzeln kann es gibt mir doch jemand Moment bitte was oh tüten hä wo seid ihr wo seid ihr schnuckis ach sie sind bestimmt ich weiß wo meine Kills meine Kills ich glaub ich weiß ja nein ich komm da nicht hin komm her schnucki ja 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 nein die 24 habe ich tatsächlich noch nie gespielt immer ja ich auch noch nicht ja das war doch nicht gut sweet sweet round schreib schnell schnell nein mach ich nicht oh oh ähm ja Leute wenn es euch gefallen hat dann lass doch eine positive Bewertung da auch für mich weil ich einfach cool bin auch für mich weil ich einfach what the fuck ja ja mach einfach mach einfach okay und ähm ja dann abonniert um nichts zu verpassen haut rein und tschüss tschüss